So, wir machen es direkt nochmal. Willkommen zu Fahrt 122. Und ich will nicht so schreien, aber es ist so laut. Ja, jetzt sei nicht so dramatisch. Jetzt stell dich doch mal hier auf. Ja, direkt verkackt, würde ich mal sagen. Oh, das ist echt eklig. Das muss ich mehrmals machen. Ah, jetzt hat er eine neue Taktik, oder was? Okay, das muss ich echt nochmal machen. Ich habe immerhin verstanden, wie das geht. Ich werde mir gleich einfach andere Zauber nehmen, ehrlich gesagt. Okay, das wird jetzt. Ja, jetzt geht's. Was ist das? Egal, ich wähle jetzt eine andere Kapazaube aus. Oh, Mann. Die roten habe ich, obwohl es gibt einfach nicht mehr. Lass das so. Zauber-Schaden erhöhen kann ja nicht schaden. Sie nähren sich an der Macht des Verhältnisses. Ha, 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 ha! Oh, Mann. 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 So, jetzt nochmal schnell einen Trank trinken. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist halt so ein Ausdauerkampf, man braucht da einfach ewig für. Das ist halt so ein Ausdauerkampf, man braucht da einfach ein Ausdauerkampf. Das ist halt so ein Ausdauerkampf, man braucht da einfach ein Ausdauerkampf. Bei den kommt da noch mal irgendwas anderes? Oder ist das jetzt die ganze Zeit so? So, Xen. 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 Ach, da muss man nur bestehen, oder was? Wie dumm Oh, toll! Ja, jetzt weiß ich, warum dieser Endkampf beschissen ist. Okay, man kann ab hier weiter. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Oh, scheiße. 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 Fassel. Bring them up. Pindle. Attach him. Lass him. Fassel. Ringle. Fassel. Pindle. Rassel. Spassel, die halt öffnen. Die ganz zwitscheln sind in einem Rasselhot. Spassel. Jetzt wir csak hangen. Égt! Halt egendwenn ich! Seain ... Ich habe einfach nicht so schnell Y drücken können, das war jetzt echt nicht böse gemeint. Also dass ich mich dafür entschuldige, dass ich nicht so gut kämpfe, weiß ich auch nicht. Ist halt einfach so. Versuche es erneut. Wie können andere Leute sowas eigentlich nicht immer direkt am Anfang schaffen? Aber ich habe nicht mehr über den Boot. Ich habe nicht mehr über den Tuftdlust нас entwickelt. Man muss halt genau einschätzen, welche Kämpfe die da gerade ausfechten. Oh, x'n, x'n. Oh, jetzt habe ich auch echt verloren. Ja, jetzt ist es vorbei. Okay. 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 Das war's. Vor allem, warum bin ich sonst nicht so lange? Wie lange ich jetzt schon ohne einen Frank aushalte? Oder auch nicht? Ah, tot. Vor allem, ich finde, der Lauf bis hierhin war eigentlich okay. Ich dachte, ich schaffe das heute nicht. Ich finde, ich schaffe das heute nicht so lange. Das war's. Das war's für heute. Oh, ich wollte gerade einen Trank nehmen, Mann. Das ist doch nur Verarsche. Oh, ich wollte gerade einen Trank nehmen. Oh, ich wollte gerade einen Trank nehmen. Oh, ich wollte gerade einen Trank nehmen. Okay, keine Lust mehr. Ich überlege mir eine Taktik und wir machen das beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.